Vielen Dank. Gefällt es euch bis jetzt? Es sind wirklich wunderschöne Schlager geworden. Bei den meisten habe ich auch selber mitgeschrieben, mitkomponiert. Und ja, das ist das Werk, was dabei rausgekommen ist. Ein Jahr haben wir jetzt daran hingearbeitet und ich habe sie wirklich ganz, ganz sorgfältig ausgelegt. Es sind gefühlvolle Schlager, es sind Schlager zum Mitmachen. Man kann dabei auch den Staubwedel, kann man dann vielleicht so ein bisschen flotter über den Wohnzimmerschrank gleiten lassen. Es gibt wunderbare Maladen auf diesem Album. Es gibt zwei wunderschöne Duette. Eins mit meiner lieben Freundin Iron Sheer und eins mit der kleinen Larissa Felber. Vielleicht kennen Sie sie aus Voice Kids. Wir haben einen alten Schlager von Roy Black gesungen. Roy Black und Anita. Schön ist es auf der Welt zu sein. Dieser Titel wird dieses Jahr 45 Jahre alt und keiner hat ihn bis jetzt nachgesungen. Und das habt ihr beide getan. Auch als Bonus-Tracks mit auf dem Album. Ja, und der nächste ist wieder ein ganz flotter Schlager zum Mittanzen. Ein richtiger Foxtrot-Schlager, würde ich sagen. Und der Titel heißt ganz einfach, es gibt nur...